Das ist der eine und der andere unter euch, der sich mit dem Klocki heute gleich wieder wegformatieren wird. Und morgen in der Früh, sagen wir Steiner dann, dann haben wir ein bisschen hoher weh, wenn wir in der Nacht gesoffen haben. Aber wir haben ein Getränk, da kann euch nichts passieren. Und morgen, wie gesagt, in der Früh hat man dann wieder einen schönen Schädel. Wenn man dieses Getränk trinkt und das Rezept für dieses Getränk, verrattet euch der Klocki. Das ist der Grund. Gebt man einen Heufelgrosser, einen Heufelgrosser, wie ich hole, und dazu ein Gasherd. Ja, den brauch ich auch, den brauch ich auch. Gebt man einen Heufelgrosser, und ein Gasherd und ein Beitel mit Dehn. Ehhh, 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 ehhh. Allerdings dürfte es nicht ordinärer nur noch 15 Beitel sein, Na 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 na, sondern ganz spezielle Sorten, Ja, das ist ja, 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 ja. Ja, 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 ja Hier und in der Ferne, überall, da trink ich hier den Blütenblatt-Pleutee. Es schmeckt sofort gut, der Geschmack geht nicht fort, der Geschmack von Blütenblatt bleibt im Mund. Wenn ich stutz das auf, dann putsch ich mit der Schacht und oben reißen Blütenblatt auch noch gesund. Und darum trink ich hier immer noch den Blütenblatt-Pleutee. Es schmeckt nach Lungen Blütenblatt, Lungen Blütenblatt, Lungen Blütenblatt bleibt im Blus. Es schmeckt nach Lungen Blütenblatt, Lungen Blütenblatt bleibt im Blus. Lungen Blütenblatt bleibt im Blus, ich will dir für euch, allein für euch. Lungen Blütenblatt bleibt im Blütenblatt, Lungen Blütenblatt bleibt im Blus. Blías, blikes, 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 blikes!